Hi, ich bin der Bionix von Bionix LP und ihr seid hier auf dem Kanal von KJ Games. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Wir sehen uns. Der Controller vibriert jetzt auch die ganze Zeit. Ah ja, da ist ein Medi-Kit. Sehr schön. Nimm das Medi-Kit mal. So. Benutzen. Immerhin ein bisschen Leben. So, Karte aktualisieren. Wir sind jetzt schon fast da. Also, man muss wirklich sehr strategisch vorgehen, sonst kommt man da nicht voran. Und ich habe da gerade total verschissen, also... Ah ja, genau. Hier, warte mal. Oder? Warte mal. Wie war das? Ich kann doch aber hier hinten auch in die Gasse reingehen. Ich kriege... Ja, sorry. Ich habe keinen Medi-Kit. Halt. Nein. Ich verdrück mich die ganze Zeit. Ach, das wäre der richtige Weg gewesen. Ah, Mist. Ja, sorry. Ich habe keinen Helfer-Helfpack mehr, weil die Typen hier vorhin einen reingedonnert haben mit ihrer scheiß Machete. So, hier dürfte vielleicht noch irgendwo was liegen. Mit ein bisschen Glück, weil jetzt kommen wir an die andere Seite von dieser... von dem Abgrund, wo wir vorhin waren. So. Jetzt haben wir immerhin schon mal ein Getränk. Oder noch ein Getränk. Wenn die Ausdauer mal nicht mehr so mitspielen... sollte. Okay. Den ist es anscheinend scheiß egal. Ja, sorry. Ich habe keinen Helfer-Helfpack mehr. So. Das Apartment ist hier links. Schau mal, ob ich da rechts... WTF. Okay. Ich bezweifle, dass ich hier drüber komme. Ah, ich verdrück mich da jedes Mal. Ich glaube, ich spiele nicht. So, ich komme hier nicht vorbei. Dann... Ich versuche das mal, ob ich das schaffe. Dass ich hier hinten rumgehe. Ich gehe schön langsam. Na, ich muss da vorne rum... So. So, die Karte ist aktualisiert. Wir sind jetzt da. Ich schau mal, ob da rechts unten noch vielleicht irgendwo was liegt. So, jetzt müssen wir hier uns drüber balancieren. Liegt hier vielleicht irgendwas? Ne, schade. Ah, ich verdrück mich jedes Mal. Das gibt es doch einfach nicht. So, das Apartment ist hinter uns. Ich will aber vorher hier erst nochmal gucken, ob ich hier irgendwo was finde. Die Gasse... Ne, schade. Sind wir an Karte aktualisieren? Ah ja, mein Gott, ey. Da ist zwar so ein Camp oder so, aber da ist nichts drin. Da hinten sieht es auch nicht so aus. Ich renne mal ein bisschen schneller. Aber gleich die Musik wäre jetzt nicht hektischer. So, jetzt schauen wir hier nochmal rechts, ob da vielleicht irgendwo was liegt. Weil Ressourcen sind alles in dem Spiel. Habt ihr ja jetzt... Ah, da geht es hinter. Wo geht es denn da hin? Ey, ich hasse es, dass immer die Karte so blöd ist, ey. Ich muss mir das noch angewöhnen. Ach komm, ey, jetzt läuft mir da ewig hinter und dann ist da nichts, ey. Das ist ja voll der Beschiss, ey. So. Jetzt gehen wir mal zu dem Apartment hin. Mal schauen, was uns da erwartet. So. Öffnen wir mal die Tür. Und schauen mal... Schauen mal, ob unsere Familie vielleicht da ist. Es sieht nicht so aus. So. Gibt es hier irgendwo was zum Einsammeln? Es ist schon sehr dunkel hier, finde ich. So, hier können wir uns was einsammeln. Einen Brief können wir lesen. Okay. Es ist gerade auf, anscheinend, ein Erdbeben. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns in der nächsten Stunde sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns in der nächsten Stunde sind. Wenn nur du hier bist, ich würde dir sagen, dass ich dich verabschiede. Für alles. Ich bin die Zukunft. Für heute, alles, was wir tun können, ist, dass du live hast. Und wenn du bist, ich weiß, dass du hier zurückkommen soll. Wir versuchen, in Haventon zu bleiben, aber wir gehen, wo es sicherlich ist. Mit Mary, ich kann keine Risiken nehmen. Wir lieben dich. Nicht ein Moment dauern, wenn wir nicht über dich denken. Wir versuchen, uns zu finden. Wir werden dich warten. Julie & Mary, 23 May. May 23. Das war fast ein Jahr. Julie. I'm so sorry that you've had to go through all this without me. Earthquakes, dust storms. Then what came next? The food shortages. Hunger. Thirst. Where could you be now? This year was so long already. While I walked back, I was thinking, I was just... Hopping to find you standing here. How could I? After all. Okay, so... Now we're looking for a little bit of the house. Maybe there's a few nice resources. It would be important. Because we don't have a whole life anymore. Looks like they left in a hurry. Oh. There's an Easter Egg. That's such a rabbit. Ubisoft. So... Can I not go anywhere else? Dude, it's dark. A second. So... Why? I'm going to set one. I'll put the... Anzeigeeinstellungen... Anzeigeeinstellungen... I'll put the light a bit higher. Maybe we have to now... Ah... It's still dang dark. Wait... Maybe there's nothing... It would be funny. Nee, sieht nicht so aus. So. Es ist ein ziemlich kleines Haus. Ah, da ist noch eine Küche. Okay, da wird es was geben. Ja, doch, da sehe ich ja schon was. Was leuchtet. Ups, Salat. Scheiße, man sieht, dass ich... keine Kugel drin habe. So eine kacke. Oh, da ist ein Kind. Äh, wo ist die hin? So, schnell drüber. Lass uns ja nicht verlieren. Ja, komm, lass dich fallen. Renn doch deiner Tochter hinterher, wenn es das auch wirklich ist. Da rechts. So, wo ist die hin? Ich glaube nicht, dass die da drüber gekommen ist, ehrlich gesagt. Und ich frage mich, wie die da drüber gekommen sein sollte. Okay, da sind welche. Okay, da sind welche. So ein Scheiß, ey. Warum hat der nicht geschossen direkt? Warum gibt der jetzt die Videokamera, frage ich mich jetzt. You're safe now. Here, take a look at this. It's okay. Take it. You see that? That's me. What did you do to them? Them? I made sure they wouldn't bother you. Linda? Linda, are you there? Why won't you answer me? Henry? Mary, thank God. Where's your mother? Mom, you never came back. Where are you? Are you all right? Yeah, I'm okay. I'm with a nice man. Man? What man? Let me talk to him, sweetie. Ah, okay. Sie hat ein Telefon dabei. Oder ein Funkgerät. What I want? I want nothing. Look, man, I know the score. All right, I got food, water, batteries. Bring me the girl. You'll have what you need. You got it? Ah, sure, man. I got it. Listen, the little girl doesn't look so good, and I think we're about to have a storm. So we need to get off the street. Where are you? Uh, close to State Street, near the Arboretum. Then get to the mall. It's probably the safest place for the time being. Come on, sweetie. We gotta go.